Wow! Hey! Wer bist du? Was macht ihr in meiner Zeitmaschine? Zeitmaschine? Marie? Hi Anna! Solaris, die fortschrittlichste Technik, die die Menschheit je gesehen hat. Mit dieser Maschine werde ich die Welt verändern. Natürlich. Ein großartiger Zeitpunkt, um nochmal über Sonnenenergie zu sprechen. Sonnenstrahlen sind elektromagnetische Welten und bestehen aus Photonen. Der Mensch hat opponierbare Daumen, die uns präzise Bewegungen erlauben. Und dann, boom, kommt es zum ersten Mal zur Photosynthese. Dino! Jupp, das ist ein Dino. Wo sind wir? Die bessere Frage wäre, wann sind wir? Die. Die. Win.